Rutschen! Ah, brauche ich eigentlich nicht. Sanitäter, Einsatzstätten. Oh mein Gott, die Kisten sind da, weil wir uns das bestellen. Ja! Mit einem Gesundheitsbooster. Oh mein Gott. Habe ich vorher nicht verstanden. Oh, Maria hat Rutschen! Geil. Das hätt ich ja auch gern wieder. Okay. Oder ihr müsst eure Fallen auf den Boden legen. Stimmt. Oder das. Obwohl ich ständig vergesse, dass ich sie besitze. Habe ich jetzt wieder Psychose gestartet? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Hallo, kann ich meinen Gesundheitsbooster auch nehmen? Ja, ich bin nicht mehr Psychose gestartet. Ah, mein Inventarslot ist wirklich weg von letzter Runde. Ja, nice. Aber wir haben unsere Sachen von letzter Runde noch. Das ist die ganze Zeit schon so. Die haben wir ja immer. Mann, Tobi. Habe ich vorhin das andere behauptet? Nein. Ihr habt doch gesagt, unsere Sachen verschwinden, deswegen sollen wir sie benutzen. Nein. Nein. Andersrum. Evidenz. Alter, okay. Oh. Kloppt mich heute in die Tonne. Das geht wirklich gar nichts mehr. Verstand kann nicht tiefer sinken. War das jetzt ein Kommentar zu Tobi oder? Ah, weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Aber warum habe ich eine Psychose? Wir haben alle eine Psychose. Ich kann mein Psychosmittel ja nicht mehr nutzen. Das ist doch nix. Du hast ne Psychose, aber kannst das Mittel nicht nutzen. Das kommt immer automatisch. Hä? Aber warum kann ich das nicht? Warte, dann habe ich ein Gegengift. Das war ja klar. Wir können halt warten, bis... Ah, wir müssen hier nur die Säuse reinkippen. Das war dumm. Jetzt kannst du eigentlich in die Mittel verrichten. Also, links in dem Bereich und rechts in dem Bereich. Ich weiß nicht. Jeweils eins noch. Ja. Aber... Wann geht das auch? Äh... Erstmal nur rechts. Hier ist Psychosenmittel, aber trotzdem geht es ja nicht. Ne, das geht auch nicht. Aber wenn wir... Alle dann beisammen bleiben würden, könnte ich uns dauerhaft heilen, wenn es fertig ist. Klingt gut. Ich habe halt gegen Psychose so einen Autoheiler. Das geht jetzt bei mir nur auf eins runter. Wir müssen werden hin. Ja, ich such gerade schon... Ich warte gerade eigentlich, dass... Hier... Na... Ihr müsst... Ich... Ach, hier habe ich jetzt... Ja, perfekt. Und das andere ist auf der anderen Seite. Aber da ist das Tor zu. Aber du kommst da doch sicherlich auch durch die Tür hier. Okay. Achtung, da ist irgendwo einer. Ja, kommst du. Das nochmal zu beantworten. Wollen wir die Koop-Tür aufmachen vorher? Könnten wir. Aber warte, jetzt geht es hier nicht weiter. Dann musst du da vorne wieder im Zickzacks laufen. Okay, geht weiter. Ich versuche mal irgendwie die andere hier noch. Das hier noch mitzunehmen. Aber ich darf nicht rennen. Da war was. Und nicht springen. Ach, ich gehe wieder zurück. Hier ist das der Buller. Oh, er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Er kommt. Ich kann nicht rennen. Ich kann nicht rennen. Okay. Hä? Warum kann ich die Tür nicht aufmachen? Sackkasse. Okay, nice. Ah. Ja, dann müssen wir den Weg zurück gehen. Aber da ist der Typ. Warum dauert das so lange? Dann muss ich da wieder zurück. Geh bitte. Nein. Ich muss das abstellen. Nein. Sonst kriege ich gleich noch mehr Säure-Scheiß. Gehen hier jetzt die Türen auf? Nein. Oh. Doch, ja. Hier ist es jetzt offen. Hier ist es auch offen. Okay, also irgendwo in der Library drin. Du musst also versuchen. Ja, die ist aber zu. Ach, jetzt ist die wieder zu. Ach, halt das Maul wirklich. Ich kann nicht mehr. Wer kommt hier das gar nicht rein? Wo kommt das denn rein? Warte, hier. Guck doch mal. Geradeaus. Da im Gerichtssaal. Wo wir sonst immer. Die Dings. Ja, hier kommen wir aber. Ach, da kommen wir. Hä? Hier geht es immer noch nicht rein. Ist mir jetzt scheißegal. Oh. Ich muss das absetzen. Ich stelle das jetzt hier ab. Meine Psychose wird krass. Also das Gift. Soll ich das mal nehmen? Ja. Ich habe nämlich. Ja. Ich habe Psychosebooster. Ne geht auch generell um. Hier ist jemand. Oh. Oh. Von beiden Seiten. Ach, halt doch das Maul. Jetzt kriege ich auch noch eine Psychose. Da nach links. Kann uns heilen, Tobi. Ja, ich glaube, ich brauche auch Heilung. Nein. Habe ich. Aber. Pass auf, pass auf. Da kommen gleich welche. Da kommen gleich welche. Da habe ich ja durch Zufall das richtige Perk gewählt. Oh. Boah, als Amalia Lebenslatterin. Bist wir da nicht durch? Ich weiß nicht, ob wir da lang müssen. Oh. 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 Wo ist später Tobi geailt? Ja vor allem macht er einfach die Tür auf. Man hört ihn einfach nicht. Ist einfach da. Ja. Oh. Oho. Musst du jetzt da lang? Ich habe keine Ahnung. Oh. Bleib im Verstecking, Maria. Oder so. Hier ist allerdings noch eine Doppeltür, die wir auch hängen. Oh. Er hat mich gesehen. Dann kommt her. Komm zu mir. Nein Daniel! Nein! Bin ich richtig? Nein! Ich bin von Daniel getrennt worden! Ich weiß auch nicht mehr, wo Maria ist. Ich bin von Tobi getrennt worden. Hey nein, wir sind doch beieinander, oder? Ach du Scheiße! Glaub ich, ja. Das Tor ist Tobi. Liz, da kommt jemand, da kommt jemand! Renn! Ich bin falsch gelaufen. Hallo Maria! Oh Gott, da hinter dir Liz! Oh, jetzt ist aber wenigstens hier offen. Jetzt kann ich das erste auch mal rein. Habt ihr alle schon? Hier geht's gar nicht weiter. Das Problem ist, meine ist noch hinten in der Library. Hm. Gut! Ja. Warum starten wir denn? Ich weiß noch gar nicht, wo ich hin muss. Äh, sie ist grad hier drin, ne? Ich kann sie betäuben. Dann können wir in die Library. Hallo? So, auf in die Library! Ich... Ach Scheiße, wir kommen gar nicht durch! Oh! Hä? Wie seid ihr da hingekommen? Kommen wir schon da auch rein? Müssen wir nicht die Säure hier mal mitnehmen? Oder müssen wir da rein? Ne, die Säure habe ich hier abgestellt, damit das Tor, wenn das Tor hier aufgeht, damit wir die Säure holen können. Ach so. Aber müssen wir es nicht mitnehmen? Pass auf, pass auf, pass auf! Hinter dir! Hinter dir! Hinter dir! Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Deka Maria, du bist wirklich zu krass für die Welt. Ein... Bleib... Die läuft einfach ganz entspannt weiter, als wäre nichts gewesen. Ah, kein Giardanie! Ah, Scheiße. Ich weiß nicht, wo ich hin muss, ne? Ich renne hier einfach im Kreis. Da wird ja auch nirgendwo angezeigt, ne? Oh, Scheiße. Die Tore. Ich hole jetzt meine Säure. Und dann gehe ich woanders hin. Jetzt geht's auf! Ist es überhaupt meine Säure? Die Seite. Dann, äh, Tobi, 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 Tobi. Ja, 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 ja. Das Tor ist aufgegangen. Oh, perfekt. Nicht rennen! Oh! Boah! Aber das Coole ist, du bekommst keinen Schaden, deine Vorrichtung, die aktiviert sich nur. Dann los... Ah, doch, man bekommt Schaden. Ich hab über... ich hab nirber geworfen. Perfekt. Wie auch immer das funktioniert. Guck mal, Daniel, wir sind gleich bei dir! Hier können wir nicht lang. Vorrichtung! Ah, alles, alles! Weg, 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 weg! Hinter dir! Daniel! Komm zu dir! Super, Daniel! Ich kann meine Vorrichtung nicht mehr. Ich kann meine sterben. Du musst rumkommen. Kann ich rumkommen? Oh Gott! Ich versuche... Durch die Libra... Libra... Ich hab hier was geworfen! Ich hab was geworfen! Ich hab was geworfen! Der wird hingerichtet! Daniel! Puh! Ich versuche, zu dir zu kommen. Vielleicht solltest du einfach mal vorrennen. Ich bin dabei. Renn, 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 renn! Schneller! Nein! Spät, 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 spät. Warum sagst du es bestät? Der ist nur noch ganz tot! Ich hab nichts! Hä, du kannst doch hinrennen und die treten! Ich kann Daniel nicht hochhalten! Dann musst du irgendwas tun, wenn er gleich wieder da ist! Ich hab zu mir gerade schon vor der Aufladung gehabt. Und renn! Der ist jetzt nicht da. Daniel ist nicht da. Was hilft mir die... Darum helf mir ihm! Der war doch gar nicht da. Scheiße! Egal! Wir ziehen Daniela durch. Ich geh jetzt hin, treten wir gleich. Weil mir scheißegal ist. Ich will nicht, dass Daniel stirbt. Daniel, wir haben dich aufgehoben gehabt. Ah, jetzt bist du tot! Oh, schön! Danke für dich! Ah! Blöder Polizist! Das hab ich nicht gewusst. Ich hab mir was zu trinken gewollt. Die Säure steht übrigens einen Raum weiter. Ja! Entschuldigung! Hätte ich jetzt vorher gewusst, wird das Scheißspiel aus dem Arzt. Tobi, wo bist denn du? Ich glaube ich werde gleich sterben. Der Polizist steht direkt vorne. Hubert, kannst du nicht zu mir kommen? Ich komme zu dir. Ich kann nicht? Oh mein Gott! Derjenige, der den Säure hat, muss rechts rum. Also... Ich komme zu dir, Maria. Wo bist du? Wo bist du? Wo bist du? Ich sehe dich nicht, Sinolis. Oh mein Gott, scheiße! Bin ich hier richtig? Wo ist Maria? Wo ist Maria? Da, hier, hier, hier. Okay. Oh mein Gott. Ja, das ist der Säureboden oder was? Da ist irgendeine Badewanne. Hab ich dann gesehen. Ja. Zu spät. Oh, das ist laut die Heile. Er kommt. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Ja, er ist da. Ich hab geworfen. Ne egal. Na, entschuldigung. Daniel, ich kann dich wiederbeleben. Was? Oha. Ich kann dich wiederbeleben. Lass du mich bitte los. Lass du mich bitte los. Danke, danke, danke. Ruf mit dir. Danke, danke, danke. Hier kommt noch irgendwas. Ja, Maria, nehm ihn mit. Dann nehm ich... Oh, hier sind zwei Säuren. Ja, ja. Eine von Maria und eine von Daniel. Daniel, lauf schon. Oh, der Psychosemann, der Psychosemann kommt auf der anderen Seite. Oh. Dicke, Alter, das ist wirklich... Darf ich das genauso wie gerade neben? Nein. Ich hab das. Psychose und dann der Bulle? Der ist genau hier in der Mitte vom Dings. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Ist er nach hinten? Wo ist er hin? Ich glaube. Bei euch alles gut? Geht so? Geht so. Er kommt wieder. Mhm. Scheiße. Der wird mich gleich sehen. Oder auch nicht. Er ist halt mir vorbeigegant. Ich hab halt auch nichts. Er ist wieder hier. Er ist wieder hier. Er kommt zu Daniel und Maria. Vorsicht, Vorsicht. Das ist eine Schätze. Kann der sich eigentlich mal verpissen? Er ist jetzt gerade... Zug Tobi in die Richtung, ne? Ja. Ja. Hier ist das Torzug. Er kommt wieder. Herr Daniel, wo läufst du lang? Zum anderen Tor. Auf der anderen Seite. Ist offen. Ja. Würdest du euch echt gerne sagen, aber ich hab keinen Plan, wo ich langlaufe. Ja. Ja. Sehr gut. Eine noch. Ja, wo ist meine? Hier. Ja. Hier durchpiepen. Wir müssen den Weg irgendwie wieder zurückfinden. Das wäre witzig. Schleider piepen. Nein! Nein! Oh, sehr gut. Da rein. In die Mitte. Das hab ich erst gesehen, nachdem ich die Säure abgeworfen hab, ne? Okay. Ich seh halt gar nichts, ne? Willst du irgendwie was heilen? Ich weiß halt auch nicht, wo lang. Um ehrlich zu sein. Ich kann heilen, ja. Hier lang. Hier lang. Hier lang. Wo ist denn hier lang? Zu mir? Du siehst mich doch. Nein, ich sehe gar nichts. Meine Batterie ist alle. Aber du siehst doch meinen Namen. Warte, 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 warte. Kann ich deine Batterie somit wieder herstellen? Nein. Boah. Völlig verschwendet. Wo ist denn Daniel? Genau hinter dir. Hinter dir. Soll ich uns jetzt kurz heilen, solange ich's noch kann? Ja. Ja. So. Hier ist aber zu. Bedeutet, wir müssen außen rum. Pass auf, hier ist ne, hier ist ne Psychose. Oh Scheiße. Oh Scheiße. Man sieht so richtig viel. Ich drücke, ja? Ja. Ja. Das ist coming. Oh, sehr gut Daniel. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin noch einmal inkassiert. Aber. Dieses Zeitmanagement. Ich finde, die braucht auch Bübel lange, ehe du die platzierst. Ist auch so. Deswegen hab ich sie damals nicht ausgewählt gehabt. Also ich hab sie ja fertig gehabt. Und dann probiert. Falls auch das noch ein A- war. Erst recht Daniel, das war richtig wild. Liss und ich geben alles. Liss rennt hin. Heb dich auf. Ich werf den Polizisten ab. Werf ihn nochmal ab. Dann stehst du da. Und dann wirst du wieder, äh, außer Gefecht gebracht. Ja. Und wir nur so. Was ist mit dir? Maria so. Der ist gerade gar nicht da. Ja. Ich so, naja. Nach den ganzen Türen, die überall zu sind, wird das eh nicht klappen in der Zeit. Ich hole mal was zu trinken. Lauf los. Sehe wie er mich finisht. Komm wieder. Sehe wie, immer noch wie er mich finisht. Stehst du, hä? Weil ich schon wieder in der nächsten Finisher war. Oh, rutschen. Ja, ich will rutschen. Danke. Ich will auch rutschen. Oh, scheiße. Ich muss entscheiden zwischen, ob meine Abklingzeit verringert wird vom Werfen. Oder ob ich pro Runden einen Booster bekomme. Es ist nicht das gleiche. Aber das Ende. Das Ende vom Futtermann ist immer, wo wir nicht wissen, wo wir langen müssen. Nein, Julian. Geh bitte irgendwo hin. Aber nicht da hin. Der kann sich nicht hinlegen, weil sein Bettchen hier nicht liegt. Zerstöre die Sexspielzeuge. Na, perfekt. Julian, du musst nicht mit dem Mikrofon kuscheln. Danke. Oh, da ist schon einer. Soll ich ihn abwerfen? Warum hab ich nur ein Ding? Oh, nee. Warum hab ich nur zwei? Ich hab nur eins. Ich hab auch nur eins. Was ist denn eins? Ich hab drei. Halt's Maul. Geht gar nicht. Ach so. Eins. Spritze ich mir jetzt einfach Adrenalin und nehm meine Heilung mit. Geht mir genauso. Ich renne durch. Ich renne durch. Ich renne durch. Ah, ich kann rutschen. Geil. Oh, da ist jemand. Abgeworfen. Ihr könnt durchrennen. Das ist noch ne Heilung. Hey, what do you want that? Jo. Ah. Das war's. A546. 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 Ich glaub es kommt gleich jemand. A546. Hier. Und du musst es anpingen. Geht nicht, ne? Warum anpingen? Na, damit wir wissen wo es ist. Hä, warum? Ich muss doch einfach noch rein. Ah ne, wir müssen sie noch reintun. Wir müssen sie noch reintun. D771. Jetzt kommst du mit. Okay. Daniel. Daniel ist doch schon bei dir irgendwo. Ne, Daniel ist noch am Anfang. Okay, dann geht das mit mir. D771. Daniel, ich brauch dich. Oh, Mutter, 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 Mutter. Ja anscheinend. Ich dachte das machst du. Oder? 313. 313. Ja, hier ist die Lampe. Äh 8, nee 313 war richtig. Ja. Am stupit. D771. Hier ist auch noch ne Lampe. Ja, aber das geht nur mit der Lampe, warte. Ja, ja, deswegen. Sie ist in dem Raum, wo der Generator steht. Supersache. Crazy bitch, Alter. Genau. Sie kommt zurück. Ich fixier sie wieder. Ah, ich kann sie. Oh, sie ist vor mir. Aber jetzt muss es nach vorne gehen, weißt du. Habs, habs, habs. Wohin? Diesmal musst du es anpingen. Du musst zu mir hier hinter. Ich bin in dem Raum mit den Kisten. Glaub ich. Äh, und die Mutter. Okay, die geht. Dann mach ich gleich den Generator an. Okay. Und hier reinlegen? Da muss ich aber noch ein Stückchen weggehen. Ja, du musst es reinlegen, ja. Habs. Hast du es angepingt? Ja, hab ich. Dann müssen wir wieder nach vorne. Die kommt wieder, Daniel. Okay. Gehst du nach vorne? Ja. Also wieder, äh, in den ersten Raum. Da kommt noch was. Neben mir. Ja. Und dann muss es in den Ding, in dieses, in dieses Gerät rein. Der Frichosenmann. Welches Gerät? Na, da, wo Tobi zuerst reingeschmissen hat. In dieses Rote. Oh, warte. Ja? Ich mach schon mal das Nächste. Okay, warte. Alles gut. Es kommt erst gleich. Oh, jetzt hab ich keine... Kommst du bitte? Wo bleibst du? Das dauert aber lange. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Wie alt das bei mir? Ich glaub, wir sind beide bei mir. Scheiße! 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 Halt's Maul! Halt's Maul! 313. Ah! Da! Da, 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 da! Hier! Oh! Oh! Ich bin da dran! Da müssen wir noch... Ich konnte nicht! Die Mom kam, gerade als ich's aufheben wollte! Es tut mir echt leid! Anfixiert! Ich musste wegrennen! Ich bin voll mit dem Zweiten in die Arme gerannt! Mann ey! Scheiße! Jobs! Boah! Aber welches ist jetzt unsers? Scheiße! Ey, ihr könnt notfalls den Generator an A anmachen. Also da, den ihr gerade angemacht habt, dann seht ihr es! Wie schnell ist sie bitte? Ist sie noch bei dir? Sie ist bei mir, ja. Der andere ist bei mir. C ist 1, 2, 5... Das war ne Lüge, Daniel! Hä? Aber sie war doch gerade bei mir! In dem Raum! Jetzt nicht mehr! Woah! Konnte nicht gucken! C ist 1, 2, 5 glaube ich! Maria, wenn du zu mir kommst... Ne, 5, 1, 2... Ich hab's vergessen! Ich kann nicht! Sie ist bei mir! Okay, ja. Ich wollt nur... Falls du in meine Wehe kommst... Könnte sein, dass der kommt! Ich seh ihn aber nicht mehr! Du kannst also schon mal in die Richtung kommen, genau! Woll ich kurbeln? Äh, hier musst du nicht mehr kurbeln! Da sind wir fertig! 5, 1, 2... Ist sie jetzt! Von... Von hier? Und... Hier ist der Generator! Sie ist gerade bei mir? Von hier seh ich das Paket! Okay! Yes! Ich hab noch ne Abklingzeit von 60 Sekunden! Es ist jetzt nach vorne unterwegs! 11, 10... 9... 8... 7... Willst du einfach mal kurbeln? Nein! Sie ist noch bei mir hier hinten! Ja, kann's! Ich musste gerade ne falsche Unrealer werfen! Warum nimmt der denn auch? Okay! Der Raum hier nebenan! Kann ich! Ey, wirklich! Ich komm niemals wieder zurück! Ich geh auch! Ich geh auch! Ich hab nur Abstand gewonnen! Der Psychosemann ist bei mir! Also ich glaub bei mir ist es nicht im Raum! Oh, warte! Ich hab's doch! Ich hab's doch! Ich hab's! Ich hab's! Ich stehe! Ja! Ich hab's! Am Band! Und... Ich hab's! Irgendwo ganz woanders! Hä? Hä? Das ist unser Paket! Ja! Dann ist unser Zweck! Ich hab's! 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 Lass mich fallen! Ich hab's! Ich hab's! Boah! Woahhhh! Ich find unser Paket gerade nicht mehr... Ich bin zu dumm... Jetzt! Da hängt! Die Drecksmine, ne? Das ist das Schlimmste auf Erden. Kannst du? Mann! Ja. Hä? Achso, hast du's noch nicht. Abgekehrt. Ich mach die Tür zu und zieh kommt nicht die Tür. Ist das hier unser Paket? Ich glaube. Das, was angepingt, ist irgendwo rumliegt, Tobi. Das war nicht angepingt, aber es hat rumgelegen. Ja, dann ist der Ping auch schon rausgegangen. Ich sehe, wie es kommt und dann ist der Ping weg. Da kommt's. Ich sterbe. Nein. Da kommt's? Ja, jetzt. Ist das Tobi? Sehr gut. Ja, er hat es eingeworfen. Perfekt. Das war's nicht. Was war das? Das ist es. Ja, geil. Wartet doch mal. Was? Oh, scheiße. Hier kommt was. Ich weiß nicht, ob Mother Ghost Girl gekommen ist. Sie kommt? Sie kommt? Nein, der Psycho-Typ kommt. Der hat mich! Oh, what? Und da ist Mother Ghost Girl. Das war dumm. Das war dumm. Okay, da drunter. Hallo, Liz. Hallo. Was hat's mit dem gepinkten Paket hier auf sich? Ja. Wir suchen unsers. Ich hab den Generator angemacht. Kennt ihr die Zahlen noch? 771. Habt ihr vielleicht das Band noch gar nicht gewechselt, Schätzis? Was? Danke, Piepen für den Hinweis. Mother Ghost Girl ist da. Ihr müsst doch das Band wechseln. Was für Band wechseln? Wart ihr jetzt bei D oder wart ihr bei E? Nein, wir waren in der ersten. Da müssen wir doch das Band noch gar nicht wechseln. Ja, das stimmt. Ja, richtig. Aber jedes Mal, wenn das eigentlich ankommt, ist der Ping weg. Oh, ich hab die Mutter. Deswegen müssen wir den Generator nochmal anmachen. Ich hab den Generator doch angemacht gehabt. Ja, da kam der Mutter. Ist er wieder aus. Pass auf, die Mutter kommt. Und ein Falscher, Daniel. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Ich hab da... Wieso zählt das nicht? Wir haben alle daneben geworfen, ne? Das war super. Ja. Ja. Hopp, hopp. So, unser letztes brauchen wir noch, weil da ist ein... E. Okay. Na dann. Da ist ein Dicker, der die ganze Zeit da rumklingelt. Das hat er auch geschätzt. Aber ist es trotzdem hier vorne? Nein, ihr müsst noch einmal weiter. Nein, da müssen wir das Band hier nochmal wechseln. Ach so, oh Gott. Also, es fehlt nur noch der Generator. Geh doch hoch! Hier geht grad. Da ist der Generator. Das ist das Problem. Ah, super geil! Oh, kriebs! Ach, das ist er auch noch. Oh... Oh... I try to make one new... There's nothing that is hers! Geh weg! 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 Er geht da hinten rein... Okay! Dann mach' ich den Generator... So... Was machst du hier drinnen? Ich weiß nicht mal, wo ich hin muss. Die Mutter kommt noch zu euch. Ich weiß nicht mal, wo der Storage ist. Ich bin totgeschlagen, aber der Generator ist an. Guck dir einfach die Dinger an. Oh, die Mutter kommt da hin. E-205. Es gibt zwei da, wo ich saß, in dem und den anderen. Daniel, genau. Super. Hab ich gehört? Kommt, Daniel, hier weg. Warst du Daniel auch? Nee, noch nicht. Boah, Alter, knapp Stiftchen. Er hat mir ganze drei Striche abgezogen. Ja. Das ist der Typ. Deswegen mach doch einfach die Aufgabe. Ich kann Maria wiederbeleben. Ist egal. E-205. Und noch läuft der Generator. Jetzt ist er aus. Ich hab das Paket. Ja, und jetzt musst du's. Komm her, komm her. Also ich hab's noch nicht ganz. Ich muss dich kurz lassen. Solange du weißt, wo es liegt, ist er gut. Ja. Take it. Take it. Wenn ihr mich wiederbelebt, müsst ihr's mir sagen, ne? Okay. Okay. Ich bin nicht da. Nein, alles gut. Ich bin nicht praktisch da. Deswegen. Ihr macht das schon. Und ich muss es jetzt hier drauflegen, oder wie? Ja, du musst... Hier, hier, bei mir. Oben musst du's durchkommen. Komm, durch, komm, durch, komm. Oh, komm. Komm, komm. Maria, kann ich jetzt wiederbeleben? Ich bin unterwegs. Ich würd dich jetzt einfach wiederbeleben. Ja, mach. Ja, mach. Er ist bei mir. Das ist so kacke. Aber das... Ich wusste nicht genau, wo die Öffnung ist. Maria, renn. Renn, 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 renn. Oh, ich bin durch die Psychose gelaufen. Ja, irgendwie passiert mir das ständig. Ich muss zu dem Psychose-Zeug. Naja, es steht leider falsch. Sorry. Ich muss mich das wiederholen, oder? Ich war nicht. Ich hab's doch angepint. Ja, das war ein bisschen spät. Ja, das war da, als du gefragt hast. Ja, und dann war ich aber schon vorne, als ich gefragt habe. Ich hab eigentlich nicht wusste, wohin. Okay, Maria, er kommt, er kommt. Und dann muss ich's hier nochmal rausnehmen, ja? Ist angepint, ist angepint, ist angepint. Er kommt. Ja. Kann er nicht durch? Doch, kann er. Nein, 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 das Paket. Nipps, 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 nipps. Ich hab's, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Pass auf, da liegt ne Psychose dran. Hallo. Du hast es. Doch, ich hab's angepint. Oh, da kommt was. Daniel, alles gut? Alles gut. Oh, der Psychosen, Mann. Der Psychosen, Mann. Oh, nein, 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 nein. Ich hab's wohl nix mit auf runtergeholt. steck Curtis hier tickelt 3 gegner gefühlt hier sind auch 3 gegner das ist da n ig oder h Art ob ich doch der electronала bringe steckt k 30 Ich kann ihn aber nicht mehr befolgen. Hier war ich falsch, okay, cool. Ich bin bei Süße. Komm her. Ja. Hier lang. Ah, okay. Da war ich falsch. Pass auf, falle. Kann sicherlich gleich nicht mehr werden. Ich auch nicht. Aber ich kann auch nicht leiden. Oh, da ist die Mutter, da ist die Mutter. Warte, komm kurz in die Ecke. Und durch. Komm, hopp, hopp, hopp. Oh mein Gott, da ist ja auch noch jemand. Warum steht hier ein Lebenserweiterungselixier vor der Tür, Alter? Hat das jemand von uns bestellt? Wahrscheinlich. Es liegt einfach vor der Säule. Es liegt einfach vor der Säule. Aber dann wird das wahrscheinlich meins gewesen sein. Mein Ausdauerbooster oder Lebensbooster oder was auch immer. Ja, Lebensbooster. Aber er lag nicht in der Kiste. Er lag vor der Schleusentür. Mein Booster lag auch vor der Tür. Alles gut? Okay, dann habe ich meinen genommen. Perfekt. Das wäre auch viel zu einfach gewesen. Er lag schön. Euchwaabe. Eingmens . Und . Vielen Dank.